Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Hier die Fahndung spielen wir, der Anwerber. Und wir sind mittlerweile bei Roosevelt Island angekommen und sollen dort Mel Arnold retten. Das Ziel ist Sergeant Dubois. Aha. Sergeant Dubois ist unser Ziel und da unten sind schon wieder die Jungs, die natürlich versuchen werden, uns daran zu hindern, diesen Auftrag erfolgreich zu absolvieren. Aber ich bin der Meinung, wir werden unsere Drohne erstmal in eine Position bringen. Dann werden wir hier die Kollegen markieren, weil die stehen ja wie auf dem Präsentierteller für unsere Granetschen. Und dann geht's los. Supi. So, da soll sich die Drohne rumkümmern. Nee, das glaube ich nicht. Dazu wirst du wohl nicht mehr kommen. So, es geht los. Wir füllen auf. Das kann nie schaden. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie sich das Ganze jetzt hier auf Roosevelt Island darstellt. Äh, da müssen wir lang. So, ich glaube, hier wird's jetzt weitergehen. Ja, klar, da kommt einer. Schubidu. Wo kriegen wir unser Geschütz? Immer die gleiche Frage, wo kriegen wir unser Geschütz unter? Na, also, das geht doch einigermaßen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da kommt jetzt mit Sicherheit die Verstärkung. Wir laden durch. Okay. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit. Ja, dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, da ist sogar gute Position hier. So, da oben ist einer. So, der Kollege steht ein bisschen ungedeckt hier im Wind. Ich bin gerade mal überlegen, ist da nochmal? Ne, da ist jetzt kein, äh, kein Kanister mehr. So, was ist denn jetzt los? Wo ist denn unsere Drohne? Hm. Hä? Und was macht er da drüben? So, was machen wir jetzt hier? Spielen wir jetzt toter Mann, oder wie? Na, da können wir auch nichts machen. Unsere Drohne. Wo ist die denn? Das Geschütz können wir auf jeden Fall mal einpacken. Ach, jetzt hängt die... Warum hängt die denn da hinten? Ja, das hat ja wohl keinen Wert. Die Drohne können wir erstmal einpacken. Da scheint wohl ein kleines technischer Defekt vorzuliegen. Die tut überhaupt nicht, was sie soll. So, und der hier... Na, jetzt packen wir erstmal den hier weg. Gut. So, Drohne steht wieder zur Verfügung. Und schnapp ihn dir. Na, also... Oder doch nicht? Oh, Mann. So, jetzt aber. Reichweite, oder? Ja, also, jetzt geht's doch. Naja. Das hätten wir... Oh, 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 oh. Das hätten wir aber auch schneller haben können. Sehr gut. Okay, dann heißt das hier hin. Du kriegst hier auf den Rücken. So, Burn. Ach, das Ding geht da in die Luft. So, was macht er da unten? So, und der Kollege will sich auch anschleichen, ne? So haben wir aber nicht gewettet, mein Freund. Da kommen noch mehr. Dann umschalten auf MG und richtig mal hier rausrotzen. So, der Erste ist weg. Ja, da hilft ja diese Rolle überhaupt nichts. Das war ja noch Rolle rückwärts. So, da brennt's. Das treibt den Kollegen aus der Deckung. Kommen da jetzt noch mehr? Oder sind wir hier durch? Wir sind hier durch. Das ist gut. Mittlerweile wird das Wetter immer schlechter. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin eigentlich eher so ein Schönwetterkämpfer. Muss man nur nach dem Gefecht immer alles wieder sauber machen? So, was haben wir hier? Hier haben wir Spezialmunition. Die nehmen wir mit. So. Okay, 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 Freunde. Dann gehen wir durch das nächste Tor. Und lassen Sie uns mal überraschen, was als nächstes kommt. Jetzt müssen wir durch dieses Flugzeugfrack. So, und da werden bestimmt die Kollegen auch wieder hinten dran stehen. Erstmal hier Entdeckung. Was haben wir denn noch hier an Munition für unsere Raketen? Zwei Stück nur? Hey. Aber. Das könnte gut investiert sein. Jep, das waren doch zwei Volltreffer. Ja, das wäre gut, wenn man Fertigkeiten hat, die fertig sind. So. Da hinten ist einer hinter der Deckung. Den holen wir raus. Es kommt noch mehr Verstärkung. Ja, komm. Da hinten springen sie rum. So, was ist mit dir? Oh, okay. Aha. Der traut sich nicht, ne? Der traut sich nicht. Aufheben. Dann bleiben wir mal auf der rechten Seite. Okay. Dann robben wir uns mal von Deckung zu Deckung vor. Ist ja nicht umsonst ein Deckungsshooter. Okay. Okay. Ach, okay. Jetzt kommen sie da. Oh, jetzt brauchen wir eine Deckung. Das ist keine gute Deckung. Nee, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Deckung. Weil hier haben wir eine gute Deckung. So, dann gehen wir nochmal nach vorne. Da ist noch ein... Nee, der ist schon. Okay. Ups, 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 upsie. Oh, 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 oh. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja, der muss weg. Der hat einen Raketenwerfer. Das könnte unangenehm werden. So, den hier hinten werden wir wegräumen. Okay. Sehr schön. So, der Sanitäter robbt sich ran. Auch gut, wenn der weg ist. So, unser Geschütz ist wieder bereit. Ups, es brennt. Aber nicht bei uns. So, dann wollen wir mal in die nächste Runde gehen. Bis hierher war es ja ganz nett. Okay, was ist das für einer? Okay, da kommt einer, da kommt einer. Da hinten ist noch mehr Flugzeugfrack. Da werden wir nicht hinkommen. Nein. Naja, wir lassen sie einfach kommen. Und alles, was ihr durch will, durch diese hohle Gasse, denn es wird kein anderer Weg nach Küstnach, der kriegt dann ein bisschen was verbraten. So wie er hier. Der Tod ist mutig versucht hier durch den Tunnel zu kommen, durch das Tal. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht, wer traut sich, traut sich jemand? Wer weiß es, wer weiß es. So, auf der rechten Seite sind noch welche. Auf der rechten Seite. Gerade ausspringt auch noch einer rum. Oh, da ist wieder ein Raketenwerfer. Da kommt gleich was. Es kommt, es kommt. Oh, Glück gehabt. RPG. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Der muss weg. Der hat oberste Priorität. Das tut weh. Gut. Da haben wir jetzt noch einen mit der Schrotflinte, oder? So hört es sich fast an. Ne, da hat... Ah ja, okay, okay. Ja, sehr schön. Die Drohne geht in den Angriff über. Das muss so sein. Das passt. Ja, da sind noch mehr. Das... Aha, da kommt jetzt... Okay. Haben wir noch was? Nein, der ist leer geschossen. Raketenwerfer ist leer geschossen. Keine Moon mehr. Wir behalten uns hier den Fernkampf vor. Weil, warum sollen wir uns da unnötig ein Risiko bringen? Wir haben eine gute Deckung. Wir haben eine gute Kampfposition. Der Gegner muss angreifen. Und solange unsere Fertigkeiten mitmachen. Ah, da oben springt auch einer rum. Da oben springt auch einer rum. Jetzt ist er nicht mehr oben. Jetzt ist er unten. Dafür geht der andere hier hoch. So, aber früher oder später müssen wir hier durch, damit wir bessere Gefechtspositionen haben. Weil das ist jetzt alles so ein bisschen Fern-Fern-Fernkampf. So, den haben wir noch erwischt. So, die Drohne. Ah, und das Geschütze. Ja, klar. So, die nehmen wir mal hier richtig unter Feuer. Jetzt haben wir noch irgendwo links einen. Jetzt gehen wir mal nach vorne. So, wo können wir denn in Deckung gehen? Okay. Area clear. Wunderbar. Das ist doch sehr schön. Dann sammeln wir hier wieder ein. Kommen unserem Ziel, Sergeant Dubois, immer näher. Und da haben wir noch mal ein bisschen Raketenmunition. So, Dille. Da geht's hoch. Jo, und bevor es weitergeht, würde ich sagen, machen wir hier wieder einen kleinen Cut, um sozusagen ins Finale, in den Endkampf zu gehen. Sergeant Dubois wird uns sicherlich schon erwarten. Und Mel Arnold wird eben in der Schloss-Siedlung erwartet, denn dort wird er gebraucht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Der Ranger und ich, wir bedanken uns, wie gesagt, für eure Unterstützung, einen Kommentar oder natürlich ein Däumchen wäre ein Fein. Und ein Abo natürlich herzallerliebst. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer. Und dann, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, euer Baden Farmer. Und dann, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, euer Baden Farmer. Und dann, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, euer Baden Farmer.